Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal haben wir, ich glaube, jetzt habe ich alles hier rund um die Streien gemacht. Heute nehmen wir ein Kind mit in die Hebräerregion oder auch nicht. Aber hier sind Hundis. Warte mal. Hundi! Hundi! Hundi? Hundi! Hundi, dreh dich. Du bist ein Dreidl, Dreidl, Dreidl. Oh, das mag mich. Ja. Och, ist er nicht putzig. Ist er nicht putzig. So, ähm, das wollte ich nicht. Ich wollte... Willst du Fleisch? Wolle Fleisch? Du willst Fleisch? Ja. Warte, Fleisch. Ich habe auch noch Fleisch für dich. Hatte ich zum Beispiel. Warte, Fleisch? Warte, Fleisch. Jetzt aber. Nimm das. Bitte sich freut. Okay, da hat der hier vorhin doch kein Fleisch gekriegt, sondern... Äh, einfach so Zuneigung gezeigt. Hier, warte, Fleisch. Okay, der andere ist nicht so gefräßig. Okay, ja gut, dann kann ich da auch nichts mehr. Ich spiele da mal. Jetzt aber. Oh, man muss gestrickt das Let's Play von dir länger... Nein. Das ist halt so. Die Tabanta Brücke. Sieht sehr stabil aus. Da soll ich mit dem Karren rüberfahren? Ich weiß ja nicht. Oh, was soll's? Gehen wir mal, ne? Alles gut, Pferd. Das schaffen wir. Herr Karren vielleicht nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, ob ich den mit habe. Einfach für den Fall eines Falles. Hier unten war es, glaube ich, in der Schlucht auch, wo wir Golf spielen konnten im Vorgänger, ne? So, ich bin drüben. Ich glaube, hier muss jemand anders schildern. So. Nein, wir nehmen mal wieder eine Balken. Eine Balken. Ja, oder was steht denn dahin? Okay. Ach, ein Orni und ein Grone. Ah, okay. So. Dann mal los. Das geht wirklich gut. Das war hier eigentlich noch ein Abstand zwischen Balken und Dingens, aber passt. Okay. Dann kriegen wir jetzt 20 Robiner. Wir müssen was für einen kleinen Hunger zwischendurch. Und die Übernachtung scheint. Das finde ich gut. Ja. Kann man aber machen. Dann gucken wir, was die hier vorne wollen. Ich bin jetzt weit gekommen in die Hebrä-Region, die noch nicht die Hebrä-Region ist. Heute trainiere ich wieder. Heute wird trainiert. Ich werde ein großer Orni-Krieger. Ein Orni-Krieger. Oh, wer bist du denn? Hast du einfach mein inbrünstiges Selbstgespräch mitbekommen? Peinlich. Ich sage mir, willst du auch ein großer Krieger werden? Wenn wir Orni-Monster bekämpfen, nutzen wir die Macht des Windes. Und genau das trainiere ich hier jeden Tag mit voller Motivation. Willst du wissen, wie mein Trainingsprogramm aussieht? Ich wette, du bist neugierig geworden. Ich verwende meine fabelhaften Flügel, um die mir entgegenkatapultierten Objekte umkehren zu lassen. Na, willst du es einmal versuchen? Ja. Oh! Mann, muss aber gut trainiert sein, um nicht von Monstern auf die Mütze zu bekommen. Okay. Heißt, mit so einem Windschlag von so einem Krogfächer. Okay. So. Was mit dir hier? Alles bereit. Oh! Weitigen, wir helfen. Was macht ihr hier? Nestor dort hat mich angeheuert. Oh! Er will seine Muckis trainieren. Oh! Ich helfe ihm dabei und er bezahlt mich dafür. So läuft das auf dem Arbeitsmarkt. Den Turm hier habe ich hier zusammen mit Nestor gebaut. Für sein Training. Naja. Zusammen war eher wunschdenken. Nestor hat kaum meine Feder gerührt. Wenn es so weitergeht, bin ich wohl der Einzige, der hier seine Muckis trainiert. Aha. Aha Okay Ich habe jetzt die gleiche andere Nacht Ja Zeig mir, wie es funktioniert Ist diesen schicken Turm dort drüben? Den habe ich erfunden Der wackere Geselle dort heißt Tabult Er arbeite für mich Tabult wird gleich Objekte auf dich feuern Wehre sie ab, dass sie umkehren und in den Korb fliegen Insgesamt werden zwölf Objekte auf dich zu fliegen Versenkst du ein grünes, erhältst du einen Punkt Ein Treffer mit einem roten bringt dir drei Punkte ein Ja, flügeloste Juliane, wie dich wäre das sicherlich leicht Dann darfst du aber alle dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge oder Fähigkeiten anwenden, um die Objekte umzukehren Ich zahle Tabult 20 Rubine pro Einsatz Die müsstest du dann übernehmen Also kannst du die Objekte umkennen lassen? Joa, schau ich bestimmt Okay Dann geht es jetzt los, aufgepasst Ich kann's kaum erwarten Mach dir auf was gefasst Ich weiß ja nicht So Okay Okay Das heißt, mit der nächste Fahrt wohl nix? Nein Ja, kacke Ist da noch drauf? Da ist noch drauf Okay Okay Höch hin? ok ich werde gesagt wird auch nicht zu fliegen lassen 12 ente ich habe eine objekte verfehlt das waren alle ich bin sofort bei dir warte kurz oder bin selbst nicht ins schützen gekommen du hast 17 punkte geschafft alle achtung ein gutes ergebnis ich habe die jahre unterschätzt das war schon eine starke forscherung die du da abgeliefert hast da warst du der belohner verdient hier bitte nimm okay cool damit ist es noch versuchen nein aber was ich versuchen will nein ich gehe jetzt nicht dahin holen und schreien ich gehe dahin holen und schreien ich hasse mich selbst dafür aber so bin ich heute ich glaube ich schaffe ich glaube ich schaffe ich glaube ich schaffe ich glaube ich schaffe ich glaube ich habe es geschafft ok und dann halt nur wieder zurück teleportieren zum stall und dann noch mal selbstständig über die brücke ich weiß gar nicht wie es laufen geht kaum noch so fährt und dann ist laufen wieder so voll out und es blitzt und donnernd und das jetzt ein leune natürlich warum auch nicht machen nein nein ruhig aus ich will gar nichts von dir ok ist noch nicht will ich gewalt ganz viel wollen wir diese kippe rippen da sind die gibt da könnte es mir ja 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 ok was habe ich an waffen das einzige hier beziehungsweise komm her komm au ich weiß nicht ob ich den krieger du bestand ich zerbringe auch gleich und es weitergeht das war mal topo starb war schön mit ihm na komm au weißt du ich will das hier mit den auswählen probieren klappt natürlich wieder nicht wenn ich das will oh ich habe schon immer meine probleme mit leunen gehabt auf ich habe das ich habe auf ich habe die 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 3 zu spüren bei gegner ist nicht für die verschwindung an essen weil die verschwindung an essen aber vielleicht kriegt das dennoch in denen alter das ist schon abwehr hoch und dann sowas das wollte ich die ganze zeit und das bringt so fast gar nichts alter also mit neuen brauche ich noch nicht ankämpfen zu sterben in hoffentlich da man das verbrauchtes zeug jetzt wieder neunen immer noch mit vorsicht zu genießen beim versuch wird einfach mal um zu sehen wo sind wir eigentlich so stärke technisch ganz weit hin ganz nato jetzt haben sie im baum gefällt auskommt mit hitze schutzeffekt jetzt sieht er mich so weißt du denkst du hervor war ich fast vor der nase und hatte nicht interessiert manchmal auch was wir wollen oder also eigentlich ständig kein grund damit blitz einzuschlagen oder da muss doch ein was haben sie kaputt gemacht war nichts was hier war zum herstellen mit haken und so weiter ach und nein regn macht mir nicht das schild das muss man mal hinstellen muss das prima das kann ich das haben wir schon ein paar mal gemacht muss halt nur weiterhin funktionieren ich würde sagen da gibt es einen röstpilz oder auch nicht so dann lass mal los die gut aus jetzt gerade bis der blitz gleich einschlägt ok alles fertig 20 wie immer dann jetzt hier in tolle reisbärchen scharfe fleischreisbärchen der fischreisbärchen und seine persönlichen sammler ok wozu braucht die qualmerlinge auch keiner weil du einfach wegen mir erstmal gedöns könnte sein weil ich weiß auch nicht mehr was wir brauchten um diese miasma medizin herzustellen ich weiß es einfach nicht mehr ich weiß es einfach nicht mehr ja das klappt um ein schwertling hier so komisches brett ohne piste haben wir hier außer ein haufen zerstörtes zeug nicht so viel ranken jede menge viele tolle ranken sich legenden drum das ist nicht ne nö aber es sollte gleich das gewitter vorbei sein kommen wir da in die kiste oder nein können wir nicht dann machen wir es halt so bitte warten der blitz schlägt gleich ein oder das gewitter verzieht sich jetzt ok es verzieht sich jetzt ernsthaft es war kurz davor schon hier zu blitzen da fühlt man sich doch ein bisschen verarscht oder nur so ein bisschen dachte ich könnte hier nochmal so ein feier und so feuerdingen sparen nein kann ich nicht ja was willst du jetzt machen ein ritter zwei händer das ding ist ja fast kaputt machen wir mal da kann man ja viel mit dem zwei händer wieder verbinden so jetzt aber zum schreien und dann mal gucken auch hier wieder alles voll mit dornen das kennen wir doch schon das spielchen blöd ne ich glaube ich muss mal einen bogen anlegen hier für solche späßchen die dorn sind natürlich im wasser ist natürlich nicht ganz so toll aber gut wir haben es darüber geschafft das ist die hauptsache das können wir rein und ein rätsel lösen bitte warten rätsel wird gelöst irgendwie stapel auf nicht stapel auf sein stapel auf ok ich kann schon erahnen was daraus wird ok das war dann ein stapel von den kurzen drahtkästen hier machen mit dem ich dann die gegengelaufen darf und ich dann immer weiter komme ja das war jetzt das klimper klimper nicht wert aber ok nicht so als würde mir sowas hier zum ersten mal machen so so dann mal wenn folgt hier drauf denn da vorne hin da kann das hier mit dran dann komme ich bestimmt irgendwie hier an diese tolle kiste oder noch nicht so ja diese kiste ran also da hoch ja da ich bin mir auch nicht ganz sicher irgendwie auch nicht ok okay ich Ja, aber im Ernst, wie soll ich jetzt hier an die Kiste rankommen? Und dann unten drunter. Das sieht so dann aus. Okay. Wir nehmen das mal kurz mit, ne? Oder halt auch nicht kurz. Das mit runter. So. Wir haben aber hier das Problem, dass wir auch hier nicht von unten drunter rankommen. Hi. Warte. Da kann man dann so einen Spaß machen. Kurzer Zauberstab. Kleiner Stab mit erstaunlicher magischer Kraft in oralter Zeit soll ein Zauberer damit in Edelstein verwundet, schlummernde gewaltige Kräfte geweckt haben. Okay. Okay. Aber jetzt haben wir halt auch so das Ding. Wie sollen wir jetzt hier raus? Achso. Und jetzt machen wir hier auch einfach nur blöd. Sorry. Okay. 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 Waren wir da ran. Waren wir irgendwie da ran. Waren wir irgendwie da ran. Okay. Das Ding hat also unterschiedliches Gewicht. Das ist aber auch kein Problem. Also so ein Steinklotz schwerer als das Metallgitterzeug. Naja. Kannste nichts machen. Ist halt dann einfach so. Ich bin jetzt nicht so sicher, dass ich alles finde. Das Ding hat auch nicht. Oh da ist es nicht so sicher. Und dann finde ich es mir auch ganz sicher. Und dann kann ich auch auf den Leute finden. Also 말씀드�ieren wir uns richtig, So, geht das? Nicht ganz. Nicht ganz. Vielleicht so. Oh, nur vielleicht. Das nur war halt das mittlere Ding hier, wie Dinge gewichtet. Oder halt am meisten gewichtet, sagen wir es so. Darum war die Anordnung dessen schon ganz wichtig. Okay. So haben wir immer mehr Herzen. Immer mehr und mehr. Dann können wir direkt rüber zum nächsten schreien, würde ich sagen. Guck mal, es ist jetzt sogar ein Weg frei. Der Weg ist frei. Mamut, wolltest du nicht in die Hebräerregion? Ja. Ich tu nur noch wollte. Man sehe so einen Schreien und kann daran nicht vorbei, weil ich dann wieder vergesse, wo er ist und so. Kannst du die markieren für später? Ja, aber, aber, es bringt uns hier auch was, wenn wir das machen. Das ist ja das Schlimme. Und ob wir das jetzt früher oder später machen, es könnte uns früher was bringen. Ist halt so. Und irgendwo in der Richtung jetzt hier war noch ein Schreien. Ich weiß es. Ich sehe es gerade nur nicht. Aber ich weiß es. Leute, da kam ich mal. Kreuzweise. Oh nein. Ein Krog in Not. Da hinten ist das Ding. Oh nein. Oh nein. Oh je, was ist denn schlafen? Wo muss denn hin? Dahin. Das liegt ja leider in meiner Richtung. Das heißt, wir werden dich wohl in der nächsten Folge dahin bringen und dann nebenbei auch noch den Schreien machen. Und dann können wir zurück zu unserem Pferd. Das da vorne irgendwo auf uns wartet. Aber gucken wir uns, wie gesagt, erst in der nächsten Folge an. Bis dann.